Willkommen zurück zur Blackwell Deception. Wir sind in Munrae's und wir haben Fortschritte gemacht bezüglich Jamie Graham, aber uns fehlt noch ein Thema. Ich dachte wirklich, das hätten wir mit dem Drogen vielleicht irgendwie hätten schaffen können, aber das ist es nicht. Also das Nächstbeste, was ich mir jetzt einfach denke, ist nochmal mit ihm zu reden und einfach alle Dialoge aufzubauen. Willst du irgendwo mehr ruhig gehen? Es ist ziemlich laut in hier. Ich will nicht sprechen, also ich bleibe hier. Du bist hier allein? Ja, und ich mag es da. Sie war ein Drogenabhängig. Ja, großartig. Sie durfte versuchen, mich zu holen. Sie nannte mich abhängig. Abhängig, genau. Zumindest bin ich nicht tot. Also, Jamie war ein Drogenabhängig. Nicht, dass es nichts von deinem Geschäft ist, aber ja. Ich habe immer gebrannt, dass ich hoch auf E jede Nacht bin. Ich war sehr stolz davon. Sie hat versucht, mich zu holen. Sie sagten, ich brauchte es um sich zu holen. Schau, wo ich sie getroffen habe. Wir haben jetzt die Sache mit den Drogen. Hm. Der Witz ist, dass man das mit dem kombinieren soll, weil da halt kein... Oh. No harmful or illegal substances. Hm. Now this is interesting. Seb said that Jamie was a drug addict, but her blood work came back clean. Something's not right here. Aww. Did he lie? Hi again. Hm? Seb, you told me that Jamie was on drugs a lot, but Jamie never used drugs. What do you mean? I spoke to a cop. He saw the autopsy report. She was completely clean. It's impossible. She was always talking about ecstasy, trying to get me on. If she took anything, it wasn't stronger than cough medicine. I don't believe this. I've got the report right here. Sort of. Do you want the cop's number? No, I don't want his number. Why would she lie about something like that? That's crazy. Huh. You know her better than I do. Yeah, maybe I did. She wanted to be interesting. She always thought she was poor. But she wasn't. She was fantastic. She read Robert Ashblass, for God's sake. How many girls read Ashblass? Ashblass, mhm. Uh. She wanted to live. She's a good lie. She was kidding herself. I told everyone she was taking drugs, not having the guts to really do it. Stupid, stupid girl. I honestly thought that she and I... God, look at me. What the hell am I doing here? Is this me now? Falling or ghosting around like someone. Love sicker puppy. We're sick, Jane. You were sick. Okay, let's go. We're trying to tell you about this one. Okay, yes. We're going to go. We're going to go to the club. And search for Ashblass. Ashblass So Robert Pelham Ashblass was an English author whose body of work includes novels, short stories, plays and song lyrics. He's best known today for the Anubis at the Gate novels. Okay, let's go. Okay, wie jetzt ist es nicht richtig? So... Nothing much. This usually isn't... Really? Not anymore. So what... Robert Ashblass was always a favorite of mine. Really? I used to read him all the time. Which is your favorite? Anubis at the Gate was always a favorite. Oh yeah, if you wanna go with a popular one. You don't like it? Oh, sure, it's great, but that's the first one people always pick. You wrote other stuff, you know. Like what? Oh, dark drawing. Drawing a laugh. If you like Anubis, you'd like those too. Really? I'd have to look them up sometime. I've got a bunch of storage somewhere. Maybe I can let you borrow one sometime? I'd like that. How... How about right now? Huh? Not sometime. Right now. God, I hate this place. Why do I come here every night? To have fun? I just feel more miserable. Let's get out of here. Sounds good to me, gorgeous. Where to? We can go anywhere. Well, my dorm isn't far. Your... dorm? Yes. The John J. Dormitory. Room 402. Huh. Well, I, uh... Huh. I get the feeling we're going to be good for each other. Huh. This just got a lot more interesting. You gotta go, Smooch. You still got it, yeah? I guess. There. I want that to be my last memory of this place. Let's go. I'll be back in my dorm. Don't keep me waiting long, okay? Okay. Yeah, okay. Let's go. Obwohl wir mal ganz ehrlich sind, so wie... I haven't done it yet. Are you sure she's even legal? Legal? She's dead. This is disgusting. Are you seriously going in there too? I mean... Can you even... You know? I don't know. It's never come up before. That's disgusting. Look, believe it or not, I do have a small modicum of class. I'll do what I gotta do. No more and no less. If you say so, Joey. But don't think I won't go in there. I won't want to, but I will. Okay, here we go. You came. Not yet. I told you I would. It's so cold in here. I don't think I've ever been so cold. Look at me, I'm freezing. Come warm me up. Uh... Of course, darling. If you're absolutely sure. Of course I'm sure. I've never been so sure of anything. I feel so good when I'm around you. I don't want that feeling to go away. I feel like myself again. Does that make any sense? It's like I remember who I'm supposed to be. Not what Gavin told me to be. Gavin? He's full of crap. I was just a bit lost. And he took advantage. Just what did he do? Look at you. So chivalrous. He... He told me I was dying. That I was wasting my life. Maybe he was right. Nose in a book or a computer. That was me. He said I had to stop studying and start living. Have a full life. Have fun. But after meeting you, I remember. My life wasn't so bad, was it? Only you can judge that. I had my family. I had a few friends. I liked my classes. I even had a sort of boyfriend. Things were good. Why didn't I see that? I didn't have to be so miserable. Stupid, huh? You're far from home. It messes with your head. People get confused. It happens. Sure, that's obvious now, isn't it? It's like I couldn't think straight. Even right up until the end, I... The end of what? Please, darling. The end of what? It's so cold in here. Okay. Is this really happening? It's already happened. I died. In the club. I died. I remember it perfectly. It was like being ripped apart. I know. It happened to me once too. But it's over now? Yes, dear. It's over. So what now? Red, I know you're listening. That's your cue. I don't know. I don't know. I'm sorry. If I had only taken a minute to think about what I was doing. But it's too late for that, isn't it? Yes. Gavin. He's going to do this to someone else. I know it. I feel it. He's already done it. Countless times. Do you know where we can find him? We'd meet on campus. I don't know where he lives. Funny. Didn't seem suspicious at the time. It's fading. Everything is just... fading. We'll get to him. We'll stop him. It's what we do. Promise? It's time to go, Jamie. I know. Tell Joey I said bye. Sure. And if he needs a cold shower or anything, tell him I'm sorry. Ew. Yep. You got her off okay? Yeah, she's gone. Good. Something wrong? No. I just want to meet this Gavin guy so I can sock him in the jaw. Joey? Who has this kind of power anyway? He brainwashed that poor kid. Don't get me wrong. I've seen some pretty out there stuff. But this? Well, it just rubbed me the wrong way. I think we should talk to Lisa again. Her? She keeps more clam than a seafood buffet. But sure. Why not? Come on. What is that? Come on. Come on. I know. Oder sieht er etwas, sieht er die Gefahr, sucht dementsprechend die Leute auf. Aber das würde dann wiederum merkwürdig sein, wenn er wüsste, wer so sterben würde. Dann würde sie von, oder die Person Gavin, nicht diese Information von Lisa bekommen. Also, ich behaupte mal, dass der nicht... Dass er, ich meine, vielleicht aus gutem Willen macht, wie sie kaut ist im Endeffekt. Aber nicht so gut, wie man es vielleicht überlegen könnte. So, ja, okay, gehen wir dahin zurück. Es gibt mir nämlich noch mehr Zeit, irgendwie... ...die nächste Baustelle zu ignorieren. Hi, Lisa? Oh, wer ist du? Hast du etwas gelernt? Ich habe etwas über Gavin und Jamie gelernt. Du hast. Kann ich in? Ich erzähle dir alles über das. Ja. Ich weiß es was. Und sie hat all ihre Zeit in diesem Club, bis sie da war. Sie hat sich in einem Dumpster ein paar Straßen entfernt. Schöne Frau. Jamie war so eine quiete, schüttliche Sache, als sie hier kam. Sie hat sich unter so viel Druck gelegt. Sie hat ihre ganze Leben getan, was sie erwartet hat, aber sie konnte nicht entscheiden, was für sie war. Die Frau war paralyzed. Coming to this city with all its possibility, it made her question the point of everything. And you gave her answers? She was so determined to fail, I couldn't help her. So you sent her to Gavin? Gavin and I have an arrangement. Which is? If I have a client who's determined to be unhappy no matter what, I send them to Gavin. And then they die? I don't know that. And neither do you. Just because this one died doesn't mean they all do. I gave you two names, look into the other one and don't come back until you do. I'll be back. Ich weiß nicht, wie wir bei Tiffany weitermachen sollen. Da haben wir nämlich so überhaupt nichts. Wir haben auch noch nicht einen Grund, irgendwie mit dem Polizisten wiederzureden, denn da ist ja nichts Interessantes passiert. Wir würden maximal sicherstellen, dass wir sagen, dass sie keine Drogen genommen hat, aber das wissen sie ja durch den Optopsie-Bericht ja eh schon. Also ist ja scheißegal, was andere Leute behaupten. Ich probiere nochmal die Tür. Locked. Es ist der Weg inside. Ja, no shit. Ich sehe nicht, wie das funktioniert. Mehr, 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 mehr. Ich bin nicht sicher, was da kommt. Okay, also die Idee, dass man sich da irgendwie... Oh, ich will nochmal gucken hier. Ich habe bereits ein Karten in den Schlotten. Ich bin nicht sicher, was da kommt. Okay, Joey. Kannst du das irgendwie rauspusten? Ich bin nicht sicher, was da kommt. Yeah, that stopped being funny a long time ago. Okay. Ähm. Kannst du da... Ich meine, bringt ja nichts mal, wenn man sagen will, du kannst da reingreifen, aber ich bin so verzweifelt. Ich mach's einfach mal. Let's have a look-see. No fucking way. Who knew that thing would be useful after all? I can just make out the return address. This letter is from someone named R. Abu. Und das soll uns jetzt helfen? Da fuck, who's Ar-Abu? No, I don't see any... Deswegen, also nach Abu irgendeinen Ugel zu suchen, bringt mich viel. Was will ich denn mit... Abu... Doch nicht irgendwie... Oh, Rachel Abu. I think it's a pretty good bet that the R in R Abu stands for Rachel. Okay. Rachel Abu. Alphabet City Community Board. Hi everyone, I just wanted to post and let you know that my new Café House is open. It's called Cup of Clay and we're over on 9th Street and Avenue A. Come swing by and say hi. Off effing course. Man hätte also zu einem gewissen Grad darauf kommen können, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die sehen sich da dann doch nicht zu ähnlich aus. Hi again. Hi! Are you Rachel Abu? Yeah, that's me. I wanted to talk to you about Tiffany Walters. Tiffany? What about her? You were friends, right? Sort of. Yeah, we were friends before... Well, before she died. I'm looking into her again. Why? Wasn't it a brain aneurysm or something? That's what I'm trying to find out. Well, okay. But I'm not sure what kind of help I can be. You already knew that. Okay, uh... Do you know what Jeremy Sam's? Nope, sorry. I'm sorry. Do you ever go to the Highline? Sometimes. Why? Oh, no reason. You wouldn't know anybody named Gavin, would you? Funny. I think Tiffany did mention that name once or twice. But I don't remember the context. Sorry. So you and Tiffany were friends? A few years ago. We were both office temps, and when our jobs ended, we got close. I went on to start this place. She stayed on with the temp agency. She was trying to find her way, you know? Maybe she thought she found it. What do you mean? Um, she met some guy named Ken at one of her temp jobs. Then she stopped hanging out with me. Same old story. I don't blame her. It happens. Okay, temp agency and Ken irgendwas. Ähm, that was the next one. Have you ever heard of STP? Nope, I don't think so. Sorry. Temp, but P would not fit. Why are you still there? I don't know. What do you know about the guy, who Tiffany was with? Only that his name was Ken. And she met him while on one of her office temp jobs. Tiffany was kind of intense about him. She really fell head over heels. I couldn't tell if it was sweet or if it was scary. Okay. But met, signed, huh? Okay. Do you know where Tiffany was temping when she met Ken? I wouldn't know. She never told me. And those temp agencies bounce you around. What about the agency she worked for? We didn't work at the same agency, so I wouldn't know. I'm sorry. It's so temptful, but I've already had more coffee today than I should. Das wird also irgendwann noch kommen. Es ist so... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Nein. Danke. Hab' einen... Hi. Ja? Hast du irgendwas... Wie kann Munrays noch öffnen, nachdem, was sie getan haben? Wie denkst du, dass jeder Club öffnet? Sie offerten Beispiele und spüren Geld um die richtigen Menschen. Und die ganze Sache nie passiert. Aber es ist alles hushed up. Nichts in den Karten sogar. Was kannst du mir über Temp-Agencies erzählen? Nur, dass du eine kannst, wenn das dein Leben funktioniert. Well... Bis zum nächsten Mal. Wow. Es gibt viele Temp-Agencies in New York. Und wenn du es diesen Weg findest, wird es nicht funktionieren. Was ja dann ja eigentlich wieder bedeutet, dass... Joey derjenige sein muss, der das Ganze hinterfragt. Und weiterhin. Ich bin so sehr darauf fixiert, dass man mit der Visitenkarte oder mit allgemein irgendwas so eine Tür damit aufmachen soll. Dass ich nicht verstanden habe, dass das da halt da reingeworfen worden ist. So als... Hey. Hinweis hier. Okay. Also das mit dem... Im dunklen Sehen ist tatsächlich genutzt worden. Hooray! Hab's noch nicht verstanden. Stay close to the door, Red. I'm heading in. After you, Joey. Deswegen, ich denke, das wäre vielleicht zu einfach gewesen, wenn man irgendwie mit angucken gesagt hätte, ich will da reingucken, ob da was ist, aber ich kann nicht sehen oder irgend so was. Okay, probieren wir unser Glück. Hello again. What? Her name, her anger, her death. So, you're Tiffany Walters, aren't you? Yeah, yeah, that's me. Whatever. Well, we've confirmed that at least. So, what's your beef anyway? I never had a broad so angry with me. Not before dinner anyway. Just leave me alone. So, um, I hate to be the one to tell you this, but you're dead. What? You're a ghost. You're haunting your own apartment. I'm what? That's rich. Really rich. I thought I'd heard them all, but that one... Just leave me alone. So, tell me about yourself, Tiffany. Nice try, but I don't think so. Yeah, big surprise. Could you tell me what STP stands for? Stop with the personal questions. It's my life. I made my choices. I'll deal with them. Just leave me alone. No, I don't think so. So, tell me about Ken. Ken? He's wonderful. Is he now? He's... I can't begin to explain. Try me. He... Wait. Not you too. Huh? Why is everyone against us? I don't understand. I'd like to understand. How about you tell me about it? Just go away. So... I heard you work as a temp. Yeah, I'm a temp. I know it's not a real career, but... So what? I'll find my way. In fact, maybe I already have. Easy there. I was just asking. No judgment here. Well, that helps us all. It doesn't help us all. Do you know anyone named Gavin? Gavin? Yeah. You know him? I... Don't know. You don't know? No. Forget it. Are you familiar with Jeremy Sams? A reporter for the City Post? What? No. Let's try it. I'd like to talk to Ken. You think you get introduced me? Why? You can tell more lies about me? I don't think so. So. Yeah. I know him. Okay. That's right. Could you tell... Stop it. If you just leave. Okay. Well... See you. Gefühlt haben wir einen Schritt voran gemacht, aber wenn wir ehrlich sind, dadurch, dass wir weiterhin ja nicht reinkommen... Ich will nochmal das lesen. Ist bei our agreement, our final balance out has been directly deposited into the account we have on file. He would also like to remind you not to arrest our client. This includes phone calls, emails, text messages and personal visits. We have received numerous complaints. Was zum Koko hat sie gemacht? I don't know. Your final payment. Das heißt also, sie hat bezahlt. Aber gleichzeitig soll sie wen auch immer nicht mehr belästigen. Ich bin gut. Das ist so weit, wie ich gehen kann. Ach so. Das war die Limitierung wegen Red. Ja, das wäre die Limitierung gewesen, weil sie da im Weg steht. Okay. Du kannst relaxen. Ich bin zurück. Joy. Das hat mir jetzt noch nicht weiter geholfen. Ist da sonst noch irgendwas? Ja. Let's have a look-see. Das Ding, das leuchtet. And that's it. Ich kann nur die Rückmeldung finden. Diese Leiter ist von jemandem... Ich behaupte mal, dass wir das Ding nicht krallen sollen. Locked. Ja. Da ich das... Rachel... Ups. Gehen wir mal hier rüber. Da ich das... Rachel nicht mehr dabei ist. Hier. In dieser Aufrüstung. Gehe ich mal davon aus, dass wir damit durch sind. Wir haben aber noch nicht herausgefunden, was zum Koko hat oder wer zum Koko kann ist. Hm. Ich kann nicht... Keine Verbindung. Hm. STP könnte eine Temp-Agencie sein, glaube ich. Nur eine Art, um herauszufinden. Gib mir einen Moment. Du sprichst mit mir? Bingo. STP steht für Sterling Temp-Placement. Und hier ist die Anlage. Es ist nur im Süd von Midtown. Du magst das Ding ein bisschen zu viel. Okay. Hi. Du bist beschäftigt? Hm? Entschuldigung. Wir nehmen jetzt noch neue Anwendungen. Und selbst wenn ich so mache. Es sind mehrere Stunden vor dem Kommen. Ich bin nicht für einen Job. Entschuldigung. Ich wollte dir einige Fragen stellen. Das dauert lange? Es betrifft auf dich. Okay. Was willst du? Du bist örtlich. Wie gesagt. Wir sind nicht örtlich. Nur weil ich nicht einen Kunden sehen, das bedeutet, dass es keine Arbeit zu machen ist. Ich wollte dich über Tiffany Walters sprechen. Sie war für diese Anlage. Ja. Ich erinnere mich. Ich muss wissen, welche Firma sie in. Das, ich glaube, ist confidential. Du wirst wissen, dass Tiffany dead ist? Ich bin sicher, dass Tiffany dead. Ich bin sicher, dass Tiffany dead ist. Ich bin sicher, dass es nichts verändert hat. Ich bin sicher, dass Tiffany dead ist. Ich bin sicher, ja. Also, was kannst du mir erzählen über diesen Ort? Wenn du mehr wissen möchtest, dann zurück nach der Arbeit. Nein, wir wollen nicht. Hast du jemanden genannt Ken? Ich glaube, Tiffany war mit ihm involviert. Ich kann dir nichts darüber erzählen. Das ist confidential information. Also, etwas passiert, aber du kannst mir nicht darüber erzählen. Ich habe nichts darüber gesagt. Ich habe nichts darüber gesagt. Sicher, wenn Tiffany dead ist, dann muss es nicht mehr confidential sein. Es ist nicht ihre confidentialität, die ich überraschend bin. Was bedeutet das? Was, was du denkst, bedeutet das. Okay, wir sollen also hier nicht einfach durchmarschieren. Kennst du jemanden genannt Gavin? Nein, ich habe nicht. Great. Sind Sie mit den Jeremy Samms familiar? Ich habe ihn nie gehört. Ich habe ihn nie gehört. Hast du immer nach der Highline? Ich habe nicht. Keine Zeit. Mein Beileid. Also, was kannst du mir über dieses Ort erzählen? Wenn du mehr wissen möchtest... Alles klar. Do you know anything about a nightclub called Munrays? No, I don't. Great. Surely, if Tiffany is dead, it's not her or calm. What is that? Whatever. Ich habe auf Ken gedrückt. Well, thanks. I'll be going now. Right. Okay, dann gucken wir nochmal. Sterling here forgot to change the month. Okay, who gives a shit? Typical suit. Pale from sitting in an office all day. Probably has an ulcer too. TMI. They look like leaflets, advertising this office. Yeah, there is a logo that is overcompensating for something. Just saying. Okay. We don't need to go back there. Really? Kannst du irgendwie näher an den... Kannst nicht näher als dort. What do you want me to do? Yes. Blow on it. Not sure what blow on it. I don't think I need any of those. Hmm. This is STP all right. Looks like a race car calendar. Great. His name is Sterling, I assume. He looks honest enough. Although he's not very friendly. Yeah, we'll just go in and ask questions. If there's a connection. Ah, interesting. Tiffany used to work for a temp agency called Sterling Temp Placements. Yeah. Wir haben ja mitbekommen, dank diesem einen Brief, dass da irgendwas passiert ist. Dass das also überhaupt nicht angesprochen wird, finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn ich durch sein Büro wanderte. Yes. Dementsprechend dachte ich halt... Wir müssen nicht zurück. Okay. Also es ist nicht wichtig für uns. Okay. Also wird es dann hier jetzt... Oh Gott. Ich weiß noch nicht, wie ich den nächsten Teil starte. Jetzt wo ich zwar hier bin, aber nicht weiß. Ich könnte maximal nach der Firma dann bei Tiffany nochmal fragen. Jetzt wo wir den Namen wissen. Und das ist vielleicht die eine Sache, die wir beim nächsten Mal einfach als erstes probieren werden. Ich bedanke mich für's Einschalten. Haus hat dir gefallen. Aber bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.